Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen The Last of Us Part 2. Ja, konnten wir ein bisschen die Stadt looten. Sind jetzt alleine unterwegs. Dina ist zurückgeblieben. Sie ist schwanger. Wie komm ich da hoch? Scheiße! Fuck. So viele von diesen Arschlöchern. Halt durch, Tommy. Wir werden jetzt mal gucken, wie gut wir uns hier durchkämpfen können. Allein. Wupp. Hm. Jolanda. Boris. Wolf sind ins Fernerer Hauptquartier eingebrochen und haben die Namenslisten gefunden. Sie sollen bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Ich will versuchen unter neuen Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Alfie warte. Warte. Nicht finden. Ich habe seine, sein Futter hinter dein Haus gestellt. Kraul ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophie immer sehr geliebt. Jolanda. Oh Gott. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Also, vielleicht hier drüben. Gucken wir hier nochmal. Ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Zeugs. Oh. Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht alleine bin? Oh Gott. Was haben wir da gemacht? Sampler. Wo kommen jetzt bloß neue Infizierte? Das haben wir. Was mache ich hier? Wie kann ich... Wir sind doch gerade erst... Ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt wird sie anders zu mir sein. Ich weiß es. Ich wünschte, ich hätte meine verdammte Maske nicht fallen lassen. Wann hat sie herausgefunden, dass sie schwanger ist? Wo waren wir vor ein paar Wochen? Boys? Ich weiß noch, dass sie in Kennewick gekotzt hat. Das ist zu viel. Ähm. Jetzt ergibt alles Sinn. Die Übelkeit. Wie müde sie dauernd ist. Scheiße, Dina. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du mir nicht vertraut? Aber hast du ihr vertraut? Was soll ich tun? Zum Umkehren ist es zu spät. Ich muss die ganze Sache einfach so schnell wie möglich beenden. Fuck. Die Wolves. Hm. Keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Es ist ja irgendwo ein Schlüssel gibt, oder ob ich da hochklettern muss, oder so. Da ist ein Fenster. Guck mal. Aber ich kann da nicht hoch. Hm. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch einen Schlüssel, oder so. Das sieht jetzt nicht so aus, als wenn wir hier ein entspanntes Leben haben werden. Oh. Fuck. Glaubst du, der hat was mit dem Mädchen aus der Schule zu tun? Wäre ein echt irrer Zufall, wenn nicht. Ich hasse diese kleinen Gruppen. Große Gruppen. Kämpfen. Diese einzigen Lieder. Was war das? Ich sehe nach, was los ist. Das ist der Hund. Gassi! Lug nochmal! Ich wollte den Hund aber eigentlich nicht töten, Mann. Ich würde mich nicht töten, Mann. Ich würde mich nicht töten lassen. Oh. Oh. Wieso haben die denn Hunde? Das ist doch unfair. Tut mir leid, Wauwi. Schnapp sie dir! Wo kommt denn der schon wieder her? Mist! Sie hat keine Munition! Was denkst du, mein Freund? Ich glaube, wir heilen uns mal. Mist! Auf jeden Fall waren das noch nicht alle. Scheiße! Scheiße! Waren das alle? Nee! Okay! Doch! Puh! Das war ordentlich. Ja, das mit den Hunden tut direkt wieder weh. Das ist, äh... Das ist, äh... Ja, Tiere ist immer so ne Sache. Ich weiß, virtuell und so, aber... Ja, keine Ahnung. Irgendwie fühle ich immer total mit. Und ich weiß selber nicht warum. Gucken wir hier nochmal rein. Hier ist aber auch nix. Hier ist noch ne Schublade. Ja, die ist natürlich wieder leer. Tolles Spiel. Mhm. Eine ganz unauffällige rote Tür. Okay. Ja, endlich, da kann keiner rein. Die sind tot alle. Ein bisschen. Die haben wir ein bisschen tot gemacht. Und jetzt, wo sie gesagt hat... Hier sind sehr viele. Ich glaube, das erwartet man, wenn man zu so einem Stützpunkt von denen rennt, oder? Also, ich habe jetzt eigentlich nicht geglaubt, dass ich hierher gehe und, äh... Wir treffen hier einfach auf niemanden. Das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich hoffe nicht. Hm? Wahrscheinlich muss ich den jetzt da rüberschieben, oder? Ich schieb dich hin. Da wollte er doch wieder runter. Da doch auch, oder? Ah ja. Musste nur schnell genug sein. Huch. Ah, es ist immer noch so mega warm. Ah, es ist immer noch so mega warm. Hat geklappt. Hört doch recht gemütlich aus hier. Hulli. Boris, es tut mir so leid. Es ist entsetzlich, was die Wolfs Sophia angetan haben. Irgendwie fühle ich mich mitverantwortlich. Ich habe die ganze Stadt angestachelt, dass wir uns gegen die Wolfs behaupten müssen. Als sie damit anfing, ihre Regeln zu übersprühen, habe ich sie nicht verhemd genug davon abgehalten. Ich habe es vor dir verheimlicht. Ich dachte, sie würde aufhören. Ich weiß, dass du dich an den Wolfs rächen willst. Glaub mir. Mir geht es genauso. Aber das können wir nicht machen. Noch nicht. Wir müssen clever sein. Warten wir, bis sich alles beruhigt hat. Die Leute wollen wissen, wie wir damit umgehen und werden sich dabei nach dir richten. Du warst hier nach dem Ausbruch. Ein Anführer. Du musst wieder ein Anführer sein. Lass nicht alles umsonst gewesen sein, wofür wir gekämpft haben, Uli. Was haben sie ihr denn angetan? Will ich vielleicht gar nicht wissen. Vermutlich getötet, oder? So, geht hier wieder was? Nö. Mit drei Dingern ist ein bisschen schlecht. Oh Gott. Hier geht glaube ich auch nix, oder? Nee. Oh Gott. Was war das hier, ein Fahrrad? Ja, ein Fahrradladen. Natürlich ein Fahrradladen. Schicke BMX. Wenn wir uns hier einfach so bewegen können, ohne holt mich doch, ihr Wichser. Ah, ich hoffe, der meint nicht uns. Der meint natürlich nicht uns. Ich höre fliegen. Da bliegt irgendwo ein Toter. Oder? Lässt zumindest vermuten, wenn man so viele Fliegen so auffällig hört, was ist. Scheiße. Schandler. Hier unten sind... Ich sehe nichts. Schön sterben. Beide hin. Ja, oder? Ich zauber mir nochmal schnell zwei. So. Oh, das stinkt. Ich hasse Schämmler. Das wird wahrscheinlich schon sehr, sehr lange hier unten. Die fetten Penner. Wir brauchen keinen Medikit. Oh Gott, die Ratte, da gönnt sich richtig. Autosport. In dieser Ausgabe der große Test 15 Zielfernrohre für Jagdgewehre. Zehn Dinge, die Sie vor dem Häuten wissen müssen. Schnäppchenjäger. Hier finden Sie fantastische Angebote für Messerkameras, Nachtsichtgeräte und weitere Ausrüstung. Präzision haben wir bekommen. Nice. Ach du Scheiße. Ach, das ist ein Runner. Oh. Okay. Hier unten war man ja eben, ne? Ja. Ist das ein Klicker? Ne. Ich zähle zwei bis jetzt. Das war's, oder? Wie komme ich zu der Treppe? Wie komme ich zu der Treppe? Wie komme ich zu der Treppe? Wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem Auto hier zu tun, oder? Na gut, Schiemen ist jetzt eine sehr unlogisch. Wo sind die Striche aber hergekommen? Oh, da ist was. Sag mir nicht schon wieder so ein Schambler. Fuck. Okay. Diese Schampler kann auf jeden Fall nicht so viel einstecken. Äh, lesen. Uli, das war Boris. Ich habe gesehen, wie er diese Wolfspatrouille abgeknallt hat. Scheiße, ich kapiere es ja. Sie haben seine Tochter getötet, aber es hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Er hat gerade unser Todesurteil unterschrieben. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn ausliefern. Ich weiß, er ist dein Freund, aber diese Wolfs haben das Mädchen wegen ein paar Graffitis erschossen. Denkt mal drüber nach, was sie mit uns machen, wenn sie glauben, dass wir den Mörder von dreien ihrer Leute decken. Bitte komm nach der Sperrstunde zum üblichen Treffpunkt X. Die waren ja aber mächtig am Arsch, oder? Gibt es hier unten noch irgendwo was? Ich schaue mal die Waffe hier. Ich verstehe nicht, warum hier noch so viele Viecher leben. Ah, so kommen wir zur Treppe. Da brauchen wir nur noch einen Bogen, wa? Wow, was war das? Oh, shit. Sei am Leben, Tommy. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich gehe nachher und drücke X, um sie zu packen. Äh, Dreieck. Ich würde dich lieben gerne, das sind aber ein bisschen viele. Ich würde dich lieben gerne. Scheiße. Wenn ich mir den packe, sehen die mich doch. Ablenkung vielleicht? Ich, ich, ich... War es das, oder gibt es hier noch mehr? Gut, die Schüsse hat man jetzt wahrscheinlich bis, äh, ja. Bis, ähm, Dina gehört. Aber was sollte ich machen? Ihr habt es doch selber gesehen. Ich bin nun mal nicht gut im Schleichen. Also muss jetzt die harte Methode sein. Oh, ein schöner Grill. Ach du Scheiße, war das ein Brüllen oder was war das gerade? Ich weiß nicht, ob ihr das hören konntet, aber hat sich böse angehört. Wollen wir das schon? Nein. Ich beende die Folge jetzt nochmal. Damit wir, falls was kommt, schön entspannt da durchkämpfen können. Ähm, danke fürs zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da, wenn ihr Bock drauf habt. Und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.